Wussten Sie, dass es einen Platz auf Erden gibt, wo es alles gibt? Er nennt sich Israel, aber ich nenne es Zuhause. Wussten Sie, dass Israel eine Kapsel erfunden hat, die durch den Körper reisen und filmen kann, wie alles funktioniert? Dies bedeutet, dass mir meine Mutter eine Tasse warme Schokolade machen kann und der Arzt sehen kann, wie mein Körper sie verdaut. Wussten Sie, dass Israel hunderte von Entsandten in Entwicklungsländer weltweit schickt? Dies bedeutet, dass mehr Kinder in diesen Ländern mehr Lebensmittel essen können und ich sie eines Tages kennenlernen kann. Wussten Sie, dass Israel in landwirtschaftlichen Entwicklungen und im Züchten von Früchten weltweit eines der führenden Länder ist? Und ich bekomme Sternfrüchte, die sogenannten Karambolas, zum Mittag. Wussten Sie, dass in Israel Männer und Frauen aller Religionen Richter sein können? Wussten Sie, dass Israel die Heimat des jüdischen Volkes ist und dass die israelische Gesellschaft aus über 60 verschiedenen Kulturen zusammengesetzt ist? Dies bedeutet, dass ich tausende von verschiedenen Geschmäckern kosten kann, die in meinen Mund knacken und lauter lustige Geräusche machen. Ich hoffe, dass sich eines Tages, wenn ich groß bin, auch etwas verändern kann. Aber bis dann möchte ich schwimmen gehen, Rad fahren, Rollschuh laufen und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020